Was zeichnet Donald Trump wirklich aus? Nicht sein Immobilien-Imperium, nicht sein politisches Wirk. Es ist das Branding. Er hat es verstanden, seinen Namen, USA-weit und dann weltweit, bekannt zu machen. Donald Trump ist eine Marke. Seine zweite Stütze des Erfolgs ist ein herausragendes Marketing, insbesondere Online-Marketing. Egal was man davon hält, er ist mit Online-Marketing erfolgreich. Das war auch schon Barack Obama. Und es gibt einige bekannte Unternehmen, die das ebenso eindrücklich für ihren Erfolg nutzen. Und genau dieses Wissen benötigt jeder Unternehmer in Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Online-Marketing und die Automatisation ist nicht nur für die Großen, es ist besonders für die Kleinen überlebenswichtig. Holen Sie sich den kostenlosen Report für Unternehmer und sehen Sie selbst, was Sie tun können und sollten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen.